Leute, ich bin Sidolo und ich bin hier mit Tidolo. Heute gucke ich nur zu. Auf wen freust du dich am meisten? Wer ist denn heute da? Jake Hall ist heute da, ne? Oh Gott, da will ich mir ihn runterholen während der Show. Ja, ich freue mich auch. Was ist dein absoluter Lieblingssneakle? Es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Wenn man ganz schlicht möchte, gibt es den Continental von Adidas. Es gibt den RS0 von Puma, wenn man es ein bisschen stylischer möchte. Und es gibt den Jordan 3er. Das sind meine Schuhe. In dem Fall bist du ein Sneaker-Held. Ein weißer Schuh muss weiß sein, sonst ist er nicht mehr tragbar. Was war dein erster Sneaker, den du gekauft hast? Ich habe früher voll übertrieben. Irgendwas hohes. Wahrscheinlich ein hoher Air Force. Air Force One, der hohe. Und wenn du mit einem Sneaker-Brand ein Collab machen könntest, wen würdest du wählen? Welche Marke und welchen Schuh? Dieser Reebok Classic, der ja eigentlich der Continental ist. Den. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank. Danke dir. Danke dir. Untertitelung des ZDF, 2020